Hallo! Ja, hallo liebes Tendo-Team und hallo liebe Zuschauer von Tendo. Ja, mein Name ist iDings und ich wollte auch hier mal so eine kleine Video-Antwort machen zu eurer Frage der Woche, was auf welches Videospiel wir uns denn am meisten freuen von dem bisher angekündigten. Ja, bei mir ist das auf jeden Fall, auch wenn ich weder eine Wii U habe oder noch eine Kamera, deswegen ist dieses Video jetzt hier auch ohne Kamera, aber auf jeden Fall ist es bei mir das neue Super Smash Brothers. Ja, ich liebe einfach Smash Brothers und der Trailer sah es auch schon richtig geil, außer es da noch Mega Man kam und auch Gänsehaut. Ja, das wird auf jeden Fall, finde ich, ein ziemlich geiles Game, wenn ich alle Smash Brothers teile. Und ich glaube, dafür werde ich mir dann auch schon mal dann wirklich eine Wii U wahrscheinlich anschaffen, weil wenn das neue Smash Brothers kommt, cool, ich bin wahrscheinlich eine Wii U, haha. Das wird bestimmt auch ziemlich gut, vielleicht haben sie auch noch richtig coole Charaktere, ich bin gespannt, was da kommt. Und vielleicht irgendwie Wayman oder so, Wayman würde das wirklich ziemlich gut in Smash Brothers reinpassen. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer da noch so kommt und wer nicht. Und, naja, und ja, danke fürs Angucken oder kurz Zuhören und ja, viel Spaß noch, ciao!